Moin Moin, heute begrüßen wir euch zu unserer neuen Folge, bei der es um Schiebetüren geht. Und zwar nicht um irgendwelche, sondern um die Modelle Masterclass aus dem Hause Schulte und das Modell Davida. Dazu jeweils die Ecklösung und die Schiebetür mit Seitenwand. Die Schiebetür ist die älteste Tür für Duschkabinen. Ob der Erfinder ein passionierter Rollschuhfahrer ist, wissen wir natürlich nicht. Dennoch entschied man sich bei den Schiebetüren für Rollensysteme. Über Jahrzehnte hatten alle Rollensysteme eines gemeinsam. Sie waren alle recht wartungsintensiv. Das bedeutete, alle paar Jahre mussten die Rollen gewechselt werden. Ein guter Duschkabinenhändler hält sich immer wieder solche Rollen auf Vorrat, da diese recht häufig nachgefragt werden. Auf die Lebensdauer einer solchen Kabine reicht meistens ein Set aus. Die Wartungsintensität ist allerdings der Bauweise geschuldet. Aufgrund der opulenten Bauweise gibt es in der Mittel- und Oberklasse bei Schulte in den Serien Masterclass und Davida dieses Problem nicht. Wie man sehen kann, sind diese Rollen unzerstörbar. Oder sagen wir mal so, eine Reklamation in dem Bereich kennen wir bei Duschmeister nicht. Was sowas kostet, sage ich Ihnen gern. Ab 999 Euro bekommen Sie bereits eine Masterclass Gleittür inklusive Seitenwand in der 8mm Ausführung. Sie ist teilgerahmt, 8mm Einscheiben Sicherheitsglas, perfektes Stießberghalten und hat die beste Verarbeitung innerhalb ihrer Klasse. Die Davida gleicht der Masterclass ist allerdings eine rahmenlose Lösung. Kostet 1599 Euro, aber dafür bekommen Sie nicht nur den Verzicht auf den Rahmen, sondern da ist im Preis bereits das Aufmaß, die Kabine, die Lieferung und die Montage inbegriffen. Und das Maß ist natürlich unabhängig davon. Viele fürchten sich von der recht engen Bauweise der Schiebetüreck-Einstiege. Meistens haben sie eine Einstiegsbreite irgendwo zwischen 35 und 55 cm. Wie man sehen kann, hier bei dieser 90-90 Variante kann ich locker ein- und aussteigen, trotz meines dicken Bauchs. Und auch wenn ich nur eine Tür geöffnet hätte, wäre das locker gegangen. Nun sind wir schon am Ende des Videos. Ich hoffe, ihr konntet etwas daraus mitnehmen, dass euch die Entscheidung beim Kauf leichter macht. Die passenden Kabinen haben wir selbstverständlich in der Beschreibung des Videos für euch verlinkt. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und stellt ruhig eure Fragen in den Kommentarbereich. Wir werden für euch diese schnellstmöglich und kompetent beantworten. Danke und auf Wiedersehen.